Heute will ich dir erklären anhand von diesem Glas, wie man den Heiligen Geist in sich groß werden lassen kann oder wie man den Heiligen Geist in sich verdrängen kann. Herzlich Willkommen bei GVC Global Video Church. Heute geht es um das Thema, wie ich und du den Heiligen Geist in uns groß werden lassen können, wie wir uns anfüllen können mit dem Heiligen Geist, denn dann können wir genau dasselbe tun, was Jesus getan hat. Nicht nur, dass wir Kranke heilen können im Namen Jesu, Dämonen aus Wunder und Zeichen erleben können, sondern darum geht es mir vor allem in diesem Video. Ich kann lieben, wie Jesus geliebt hat. Ich kann vertrauen, wie Jesus vertraut hat. Ich kann glauben, wie Jesus geglaubt hat. Ich möchte zuallererst ein, ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt, dass ich diese schwierige Phase hatte und das war eigentlich, ist das immer für mich ganz gut, weil dann habe ich richtig Lust darauf zu predigen, weil ich diese Dinge erlebt habe. Und ich merke, wenn ich den Heiligen Geist verdränge, dass ruckzuck in mir Bitterkeit hervorkommen kann. Also es ist so wie alle, die einen Garten haben. Ich hatte lange Zeit einen Garten, momentan habe ich keinen Garten. Wir haben eine Kellerwohnung, da bin ich so ein bisschen befreit von der Arbeit. Aber ich weiß noch, dass es mir so gegangen ist. Ich habe Unkraut gerupft an einem Tag und dann die Sonne kam raus, hat ein bisschen geregnet. Am nächsten Tag bin ich genau an dieselbe Stelle gekommen und schwupp war da wieder Unkraut. Ich glaube, die meisten von euch schmunzeln. Ihr wisst, was ich meine. Genauso kann das mit meiner Seele sein. Also ich gehe, an einem Tag geht es mir richtig gut, ich bin stabil, aber dann passieren bestimmte Dinge, die will ich euch gleich zeigen und schwuppdiwupp, plötzlich bin ich wieder in komplett alten Verhaltensmustern drin und mein alter Mensch macht dich richtig dick und fett und breit in mir. Ich möchte mit euch zusammen eine Bibelstelle lesen und dann euch zeigen, wie passiert es überhaupt, dass der Heilige Geist in dir betrübt wird, so heißt das die Bibel, oder verdrängt wird. Epheser 4, Vers 29 Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung, Selbstmitleid, Sorgen, Ängste, ich hänge das mal so an. Sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ihr seht, vergeben, vergeben, das ist ein tägliches Ding. Ich vergebe dem anderen, deswegen kann ich ihn lieben, ich trage ihm nichts, aber auch wirklich gar nichts nach, was er jemals an mir getan hat. Und wie geschieht das, dass das plötzlich anders ist? Also es kann auch mal so sein, dass ich eigentlich längst vergeben habe und schwupp irgendwas passiert und trickert mich an und bumm platzt das wieder raus. Das ist so, an einem Tag bist du glücklich, alles ist zufrieden, du hast so einen richtig guten Tag. Merke dir eins, das ist der Normalzustand und das ist real und die Wahrheit. Weil viele sagen, wenn dann wieder der nächste Tag kommt und Folgendes passiert, ja, dein Partner hat dir wieder unglaublich wehgetan. Er hat dich so geärgert und das hast du jetzt nicht reingelassen. Also es ist ein Gedanke, der ist so in dir drin. Du hast ihn jetzt nicht sofort rausschmeißen können, sondern der ist so hier wie in diesem Glas. Was dann passiert ist, weil der Satan umhergeht wie ein Löwe und der guckt nur darauf, dass sowas in dir passiert. Weil dann hockt der mal so, da ist nämlich was drin und das zieht andere Dinge an. Und plötzlich merkst du, irgendwie nervt dich die Gemeinde. Ja, also die Gemeindearbeit nervt dich, die Menschen nerven dich. Die vorher noch fandst du den ganz toll und plötzlich, wie kann der immer mit seinen Sorgen zu mir kommen? Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So, was dann kommt ist, plötzlich merkst du, du bist völlig erschöpft. Dein Herz hat viele Löcher, ist völlig leer. Du guckst da durch, denkst, ich bin völlig ausgenudelt. Ich bin super erschöpft und das geht dann auch noch hier rein und so sieht dann deine Seele aus. Was passiert mit dem Heiligen Geist? Der ist zwar noch da, das ist ganz wichtig, der ist da, aber du siehst den nicht mehr. Vorher das klare Wasserglas, da habe ich ganz klar gesehen, der Heilige Geist ist drin. Jetzt sehe ich all die Dinge, die da drin sind. Und dann kommt er auf der Gedanke, oh, das habe ich doch die ganze Zeit verdrängt. Ja, ich dachte, meine Ehe ist gut, aber eigentlich, jetzt kommt ja die Wahrheit raus. Übrigens ist das ein absolut humanistisches Denken. Ein humanistisches Denken geht davon aus, dass jeder die negativen Gedanken nur zeigen, was wirklich in dir drin ist. Es ist richtig, es zeigt mir, was in mir drin ist, aber das ist der alte Mensch. Nochmal, da haben wir bei der Bekehrung die Entscheidung getan, dieser alte Mensch, der ist mit Jesus am Kreuz. Das ist nicht mehr meine Identität. Das kann sogar eine Diagnose sein, die über meinem Leben schwebt. Und letztendlich auch selbst diese Diagnose, weil der Heilige Geist ist kerngesund in mir. Durch den Heiligen Geist haben wir einen Jungbrunnen, der ist psychisch völlig klar, der ist super stabil. Das heißt, das ist also ein Teil des alten Menschen. Und dann ist das so, wenn plötzlich das hochkommt, habe ich das in mich reingelassen. Ja, es ist drin, es poppt hoch, aber es gehört nicht mehr zu mir. Wenn ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe, dann gehören diese Traumata, die ich erlebe, nicht mehr zu mir. Alles, was mein Partner mir jemals angetan hat oder mein Ex-Partner, gehört nicht mehr zu mir. Es ist nicht mehr meine Identität. Es ist, weißt du, wie viele sich das angeeignet haben, oh, das ist ja ein Teil von mir. Nein, die Bibel sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet fürs Reich Gottes. Wenn du zurückschaust und sagst, oh, ich habe mein Kind verloren und das ist immer ein, das wird mich immer beschweren, dann ist das, dann hast du den alten Menschen wieder aus dem Grab hochgeholt und guckst jetzt alles dein Leben, so wie eine Brille guckst du durch diese Verletzungen an. Mittlerweile bei mir ist das so, dass ich wirklich weiß, selbst wenn ich so fühle, weil wenn ich so fühle, dann ist das ja wirklich so, ich sehe ja nichts anderes mehr. Ich trotzdem sagen kann, das ist nicht die Wahrheit. Ich fühle zwar so, aber insofern, es ist nicht die Wahrheit, dass das ich bin, dass das unsere Ehe ist, die so schlecht ist. Nein, das habe ich beiseite gelegt, das gehört nicht mehr. Die Wahrheit ist das, was im Wort Gottes steht, dass ich meinen Mann vergeben habe, dass ich meinen Mann liebe, wie er ist. Die Wahrheit ist, dass ich genug bin, ich bin wertvoll, ich bin geliebt von Gott. Mein Herz ist voller Liebe, auch wenn ich es nicht fühle. Mein Herz ist voller Liebe, weil Jesus da drin wohnt. Es ist, also was du hier drin hast, es sind nur Gefühle und Gedanken des alten Menschen. Und wenn ich das weiß, und ihr Lieben, ich sage mal hier vier Punkte, die unglaublich fördern, dass das hier drin bleibt. Social Media Konsum, es geht, es ist leider so, weil dort lauter toxische Infos sind. Sorgenärgerängste, wenn ich die in mir so drin lasse, dass ich sage, oh, die sind doch da. Und das ist ja alles, die Sorgen, die ich mir mache, die sind doch real. So, das ist dann auch, das verdrängt den Heiligen Geist. Herumhängen, übrigens, Herumhängen, das heißt, ich kreise mich da drum. Ich sage auch gleich mal, was man dagegen tun kann, das kommt gleich, richtig gute Tipps. Und auch Menschen, die mich genau in diese Richtung bringen, und zwar Menschen, die mir ständig einreden, wie schlimm unsere Ehe ist. Und dass ich doch mehr auf mich, auf meine Gefühle jetzt achten muss, dass ich die mal alle zulassen muss. Ganz simpel, Menschen, die mich nicht auf Jesus hindeuten, die mir nicht sagen, was wirklich meine Identität ist, und zwar Jesus Christus in mir. Dass ich das überwinden kann, dass ich mit Liebe und das Gute das Böse überwinde und nicht mit Bösem. Das sind die Menschen, die mich gut beeinflussen. Das andere ist in dem Fall schlechter Umgang. Mir geht es zum Beispiel so, dass in bestimmten Phasen, wo meine Seele, die sieht übrigens immer mal wieder so aus, wie ein Garten, da kommt halt immer Unkraut rein. Wir haben das schon gehört. Der Satan kommt und versucht, das immer wieder reinzusehen. Dass ich in solchen Phasen bestimmte Menschen meiden muss, weil sie es in mir verstärken. Und ich bestimmte Menschen, nur wirklich bestimmte Menschen, die auch richtig an mich ranlassen kann, weil sie eben mir helfen, das zu machen. Okay, dein Mann hat dich richtig verletzt, mies verletzt, vergib ihm. Ja, aber, 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 vergib ihm. So, vergib ihm. Dann kannst du mit ihm reden, das ist nochmal ganz wichtig. Vergeben heißt nicht, dass ich das nicht auch klären kann. Klären heißt, hör mal, das hat mich verletzt. So, wenn der andere mich um Vergebung bitten kann, ist gut, wenn nicht, nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall mal ausgedrückt. Und auch, ich kann mir auch sagen, hey, das und das wünschte ich mir anders. Das ist eine ganz andere Geschichte, wenn ich das hier erstmal rausgepackt habe. Ja, eins nach dem anderen, auch mein leeres Herz. Das ist Quatsch. Mein Herz ist nicht leer. Aber so, Gott ist drin und wenn ich mal Pause brauche, dann mache ich halt mal Pause. Und wenn das mal zwei Tage sind, dann mache ich zwei Tage Pause. Dann kann ich wieder zu Kräften kommen. Aber das ist nicht meine Identität und ich muss jetzt nicht alles aufhören. Und so kann ich dann auch die kleinen Dinge, dann merkt man so, plötzlich fallen die gar nicht mehr auf. Manchmal verschwinden die von selber. Da habe ich schon vergessen, über wen ich mich noch geärgert habe. Das passiert und das mache ich, wenn ich möchte, dass der Heilige Geist wieder groß in mir ist. Und solche Menschen, die mir dabei helfen, die lasse ich dann richtig an mein Herz ran. Und interessanterweise habe ich gemerkt, wenn ich das tue, dann kommt der Heilige Geist automatisch. Und jetzt möchte ich euch vier Tipps geben, ganz praktisch, wie ich das in meinem Leben mache. Es ist ein sehr persönliches Video, aber ich denke, auch damit kann ich euch helfen. Mir schadet extrem, wenn ich mal so schwach bin. Wenn ich angefüllt bin mit dem Heiligen Geist, kein Problem. Wenn ich aber gerade solche Dinge in mir drin habe, schadet mir extrem, rumzuhängen. Das Geschenk der Arbeit, die heißt im 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Ich sage das auch deshalb, weil ich viele Menschen kenne, die keine Arbeit haben und denen es sehr, sehr schlecht geht. Und dann rate ich euch, unbedingt arbeitet. Ich sage euch gleich auch, wie viel, wie ein guter Rhythmus ist. Aber im 2. Thessalonicher 3, Vers 10 heißt es. Denn auch als wir noch bei euch waren, haben wir euch erklärt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute, und ich auch, und ermahne dich, dass du regelmäßig arbeitest und deinen eigenen Lebensunterhalt verdienen sollst. Sprüche 26 nochmal, faule Menschen halten sich für klüger als siebenweise Ratgeber. Finde ich auch interessant. Menschen, die nicht arbeiten, und ich kenne das auch von mir, ich hatte auch solche Zeiten. Dann hat man ja lauter Dinge im Kopf und man weiß ja, weil man ganz viel Zeit hat, sich zu informieren, weiß man ja ganz viele Dinge, aber nur im Kopf. Und dann kann man sich schon manchmal, also diese Sprüche für erst, das stimmt dann wirklich. Dann ist man manchmal wie so beratungsresistent, weil man ja alles weiß und dann immer ein Aber anfügt, weil man immer eine Entschuldigung hat, warum man das nicht umsetzen kann. Ihr Lieben, an alle, die keine feste Arbeit haben, bitte kommt, also sucht euch irgendwo Arbeit. Und zwar, und wenn es ein Müllabfuhr ist, eine ganz, je schlichter, desto besser. Wir haben gelernt, es ist so wichtig, sich nicht so auf, also dieses aufgeblasene Ego, das wird nur dann verdrängt, wenn ich auch mich wirklich demütige und das gerne tue und wirklich auch ganz schlichte Arbeit tue. Die gibt es eigentlich überall. Und wenn du mal, ich würde mal sagen, mindestens drei, vier Stunden am Tag. Gesund ist sechs bis acht Stunden. Ich merke das bei mir, wenn ich sechs bis acht Stunden arbeite und ich habe eine wundervolle Arbeit, für die ich sehr dankbar bin, dann merke ich, wenn es mir selbst mal schlecht geht, danach geht es mir viel besser. Körperliche Arbeit umso besser ist so gesund. Und wenn du wirklich gar keine Arbeit findest oder auch zusätzlich, komm zu GVC. Wir haben genug Arbeit für dich. Wir merken, es ist unglaublich schwer in der heutigen Zeit. Menschen haben keine Arbeit oder wenig Arbeit und ihnen fällt es ganz schwer zu arbeiten. Die machen ein bisschen und dann hören sie direkt wieder auf. Arbeit ist ganz großes Geschenk und hilft dir sehr, dass du diese Dinge aus deiner Seele rauszupfst und den Heiligen Geist groß werden lässt. Der Blick nach oben, Hebräer 12, Vers 1. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind aus der Bibel, Menschen, die schwere Zeiten mit Gott durchgegangen sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet. Nun sitzt er an der rechten Seite Gottes auf dem Thron im Himmel. Denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgeht. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht mit euren Leben opfern müssen. Also wie krass, oder? Also ihr musstet noch nicht so leiden, dass ihr sterben musstet. So, deswegen kein Problem. Alle Schwierigkeiten, die ihr habt, dient euch dazu, dass ihr im Glauben stärker wird. Und habt ihm Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurecht weist. Und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht. Im normalen Deutsch oder Übersetzung könnte man auch sagen, er führt die Menschen durch schwere Zeiten, ja, und mutet ihnen eine Last zu, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn angenommen hat. Ein langer Text, der aber so schön sagt, Das ist deine Seele. Wenn du, egal mit welchen negativen Gefühlen du zu kämpfen hast, ganz egal, Süchte, Ängste, Sorgen, Selbsthass, egal. So, dann nimmst du die Einzelnen raus. Und ich werde dir auch gleich noch einen Tipp geben mit Aufschreiben und so weiter, wie du das machen kannst. Und dann hebst du deinen Blick zu Jesus und sagst, Jesus, du bist mir alles. Du sorgst für mich. Du liebst mich. Ich bin erfüllt mit dir. Dann fängst du an zu danken. Und dann hast du Jesus als Vorbild und sagst, Jesus, ich will so durch diese Leiden durchgehen, wie du. Du bist mein großes Vorbild. Und dann tut Jesus das ganz selber. Das ist etwas, was du kannst dich selbst nicht verändern. Aber Jesus kann es, wenn du es zulässt und ihn als Vorbild nimmst. Das ist wirklich ein Wunder, was er in dir vollbringt. Probiere es aus. Es ist ein Wunder. Also den Blick nach oben und auf Jesus schauen. Und ich möchte dir jetzt mal fünf Sachen geben, wie du nach oben schauen kannst. Erstens, schreibe alle deine Gedanken auf und gebe es an Gott ab. Ich habe mal hier mein Tagebuch mitgenommen. Also ihr könnt mal richtig sehen, wie das hier aussieht. Ich habe das übrigens geschenkt bekommen. Aber so sieht das ungefähr dann manchmal aus. Also ich will das jetzt nicht so nah dran halten. Das sind private Sachen. Aber ihr seht so manchmal, male ich hier so, kriegsel ich rein. Und hier erstens, das geht, das ist schwierig. Zweitens, das ist schwierig. Ich lade das erstmal alles ab. Zweitens, dann, wenn ich das getan habe, meistens höre ich auch nochmal, Jesus, was sagst du? Und wenn ich von ihm was höre, schreibe ich das auch auf. Manchmal sind das sehr tröstende Worte, sehr liebende Worte. Und was ich dann tue ist, wenn ich das getan habe, ich arbeite etwas Nützliches. Zum Beispiel, ich habe mir jetzt angewöhnt, Brot zu backen und Käse selber zu machen. Und das kann ich eigentlich immer tun. Oder ich koche etwas für den Tom oder für die Familie oben. Oder ich mache oben den Kühlschrank sauber. Einfach etwas Gutes. Drittens, ich höre dabei Lobpreismusik. Oh Backe. Als mir so schlecht ging, ich habe am Flughafen gesessen und ich habe ein Lied bestimmt zehnmal angehört und immer wieder geheult und geheult und geheult und geheult. Und beim zehnten Mal habe ich gemerkt, ach, es war gut. Also es war wie Salbe auf meinem Herzen. Und das vierte, Preisegott mit lauter Stimme. Manchmal fällt mir das am Anfang schwer. Aber gerade bei diesem Lied, ich bin dann ins Flugzeug gegangen und dann war das Internet weg und dann habe ich einfach angefangen, das Lied zu singen. Und das war richtig toll. Erst leise und dann immer lauter. Ja, es war ja auf Deutsch. Die Leute drumherum haben ein bisschen komisch geguckt, aber das war mir egal. Da wurde mein Herz, also diese Seele wurde plötzlich groß. Und dann ist der Heilige Geist, der ist ja nicht, der ist ja selbst wachsend. Also wie Luft. Ja, der ist ja in dir. Du brauchst ihm nur den Raum geben und dann macht er und füllt dich aus. Und das fünfte ist, drücke Gott aus, dass er dich erziehen darf. So mache ich das. Da habe ich Jesus gesagt, Jesus, ich will das jetzt lernen. Ich werde das jetzt durchleben. Bitte, ich erdulde das jetzt geduldig. Und meistens, wenn man eigentlich so weit ist, dann ist das eigentlich schon, dann geht das manchmal ganz schnell. Okay, ich möchte dir mal zum Schluss jetzt einen Lebensrhythmus zeigen, Entschuldigung, den ich habe. Wie ich merke, geben, auftanken, ablenken. Dieser Rhythmus hilft mir, dass mein Leben, ich würde mal sagen, zu 80% ist mein Leben wunderschön. Also ich liebe mein Leben. Es ist wirklich, es macht mir Freude. Und ich merke, dass ich einfach genug auftanke und genug gebe. Weil wenn ich nur auftanke, ja, das ist viel in unserer Gesellschaft manchmal, oh, soaken, ich muss ganz viel auftanken. Aber wenn ich nicht gebe, sammelt sich Fett an und dann wirst du im Endeffekt doch wieder unzufrieden oder auch ungenießbar für andere, weil du dich ständig um dich und Jesus drehst. Das ist nicht der Sinn der Sache. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen und ein Geben. Also so sieht hier meine Woche aus. Ja, also das ist ein Wochenplan. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Sonntag. Ich habe jeden Morgen, also wirklich jeden Morgen, das habe ich mir so angewöhnt wie Zähneputzen. Ich kann ohne nicht anders. Mindestens 30 bis 45 Minuten stille Zeit. Die sieht so aus, dass ich mir einen Kaffee mache. Ich rede mit Jesus sofort. Hey Jesus, danke für diesen Morgen. Und dann höre ich mir manchmal Bibel an. Manchmal lese ich Bibel. Frag so Jesus. Manchmal habe ich ein Buch, was ich durchlese. Manchmal kommt mir irgendwas, was mir Jesus so sagt, was ich dann durchlese. Dann rede ich mit Jesus drüber. Und dann rede ich mit ihm über den Tag. Dann nehme ich meinen Tagesplan. Was liegt denn alles an? Dann gucke ich meine WhatsApp-Nachrichten durch. Die mache ich übrigens immer auch im Gebet. Dann gehe ich die durch. Ich beantworte die. Ich rede mit Gott drüber. Manche, die kann ich nicht beantworten. Dann drücke ich die auf ungelesen, weil ich merke, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Und damit habe ich dann meinen Morgen, also 45 Minuten, manchmal eine Stunde, wirklich so, dass ich richtig kraftvoll in den Tag gehen kann. Das ist meine Auftankzeit. Deswegen gelb mit Gott. Dann habe ich ab 9 Uhr arbeite ich eigentlich immer. Manchmal, also montags zum Beispiel, sieht meine Arbeit so aus, dass ich Predigten vorbereite oder überhaupt vorbereite. Und dann ist das eigentlich sogar eine Mischung zwischen gelb und rot. Ja, weil ich da auch immer selber, jede Predigt, die ich vorbereite, da habe ich immer etwas, was ich selber lerne. Also ich mache auch immer so lange, bis ich wirklich sage, oh, jetzt habe ich immer selber was gelernt. So von 9 bis halb 1, 12, halb 1 arbeite ich. Und zwar schön kontinuierlich. Das tut richtig gut. Dann mache ich eine Stunde, 45 Minuten bis eine Stunde Pause. Wenn ich im Büro bin, dann mache ich mir einen Tee, ich setze mich aufs Sofa oder ich gehe runter so ein bisschen, verträge mir die Füße und dann rede ich nochmal mit Gott. Dann rede ich meistens über das, was war und überlege, was kommt. Ich gucke immer, okay, was sind jetzt die nächsten drei Stunden, was ist dann angesagt. Nachmittags arbeite ich wieder von ungefähr 1 bis um 5, 4 Uhr. Dann wieder arbeiten. Ich liebe arbeiten. Und nochmal, ich sage euch, bitte, bitte, arbeitet. Habt eine richtig kraftvolle Arbeit. Nicht nur so ein bisschen. Ja, aber wirklich am besten 6 bis 8 Stunden. Dann vom Büro gehe ich dann meistens nach Hause, so zwischen 4, manchmal, nee, halb 5 bis halb 6. Kann das mal so dauern. Ich fahre dann immer mit dem Tom zusammen. Wir sind zusammen im Büro. Dann fahre ich nach Hause. Dann rede ich ein bisschen mit dem Tom. Manchmal auch schweige ich, um wieder alles an Jesus abzugeben. Ihr merkt, ich bin kontinuierlich mit Jesus verbunden. Und rede mit ihm über die Sachen oder gebe etwas ab oder bete für etwas. Abends habe ich, und das finde ich auch gesund, das gibt Phasen, wo das anders ist. Ich würde das aber nicht raten, dass man das lange so macht. Ich habe immer einen Abend, wo ich frei habe. Manchmal, ich gucke so gut wie gar keine Filme. Ganz oft rede ich einfach mit dem Tom oder höre Bibel oder ich backe Brot und kümmere mich um meinen Käse und mache irgendwelche solchen Sachen. Ich mache irgendwas Nettes sozusagen. Ich habe immer so Sachen, die ich immer irgendwas, früher habe ich mir eine Liste gemacht mit netten Sachen. Heute weiß ich dann, ich habe mal Lust darauf. Also dieser Abend ist immer wirklich zum Erholen und was Schönes machen. Deswegen auch gelb, weil manchmal höre ich einfach Bibel, auch mal so anderthalb Stunden. Die drücke ich auf Bible Server. Das ist auch richtig gut. Ja, das macht richtig Spaß. So sieht dann also alle Tage sehen so aus. Ja, ich habe immer unterschiedliche Arbeiten. Also Montag und Freitag habe ich Homeoffice. Da arbeite ich meistens von zu Hause aus und von Dienstag bis Donnerstag im Büro. Und dann sieht das alles gleich aus. Und ich sage euch mal was, so ein Rhythmus ist unglaublich stärkend und gesund. Ja, und dann so zwei bis drei Abende in der Woche habe ich noch Arbeit. Arbeit heißt Treffen. Also wir haben hier, sind wir öfter mal bei einem Gebetstreffen, wo wir Teil sind. Manchmal arbeite ich auch abends. Ja, dann gehe ich noch mal, mache ich den Computer auf, gucke noch mal To-Dos an, Hub-Treffen, Online-Treffen. So, und das wechselt so ab. Was noch mal sehr signifikant ist, ist der Samstag. Da arbeite ich auch noch ein bisschen. Die Bibel sagt ja, sechs Tage arbeiten, ein Tag Pause. Eigentlich finde ich das ganz gut. Aber den Samstag nehme ich nachmittags noch mal, um einfach Zeit zu haben mit Tom. Also da machen wir eigentlich, gehen wir immer wandern oder jetzt haben wir so ein paar Hobbys, die wir zusammen machen, gehen ausreiten, machen einfach schöne Dinge. Nochmal erholen. Samstagabend haben wir meistens oder oft auch noch mal ein Treffen. Ja, mit, wir sind ja hier auch noch in der Gemeinde, wo wir auch Kinderdienst machen. Sonntag, ehrlich, da finde ich, das mache ich immer. Also, na gut, fast immer. es gibt auch mal Ausnahmen. Aber, Gottesdienst ist klassisch. Wir gehen morgens zusammen in Gottesdienst, morgens, nach der stillen Zeit, die mache ich auch sonntags, Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst gehen wir eigentlich immer ein, ähm, Burger essen, hier in Amerika. Danach, am Nachmittag, machen wir uns schön Tee und, äh, machen irgendwas Inspirierendes. Ganz oft gehen wir noch mal wandern, spazieren, äh, oder ich, ich mache mal einen Käse. Und am Abend, äh, noch mal erholen. Also, ihr seht, also, so kann eine Woche, alleine, wenn ich es erzähle, das macht einfach richtig Spaß. So sieht meine Woche aus und ihr könnt, mein Tipp an euch, jetzt bin ich zu Ende, wie gesagt, ist ein sehr persönliches Video, möchte ich euch ermutigen, mal so einen Wochenplan zu machen. Vielleicht sogar, wie es ist und wie ihr es gerne haben wollt. und dann verändert ihr und bastelt eure Woche so, dass ihr die Woche über regelmäßig auftankt und regelmäßig gebt. Ja? Ich bete noch zum Schluss. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und wünsche euch, dass ihr das jetzt mal so richtig umsetzt. Geht auch noch mal so diese, äh, Dinge an. Wie wollt ihr jederzeit eure Seele frei machen von den bitteren Sachen, dem alten Menschen und wie wollt ihr eure Seele immer wieder Raum geben und frei machen und groß machen für den Heiligen Geist. Ja? Jesus, ich möchte dich bitten, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist heute, dass du, äh, ich hab den Eindruck, einige von denen, die das Video gucken, ihr wollt richtig noch mal, ihr habt noch nie die Geistestaufe bekommen. Und für euch bete ich, wenn ihr das empfangt, noch mal neu den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist so richtig von oben bis unten durch euch durchfährt, so richtig mal ein Hausputz, ein Seelenputz bei euch macht, in Jesu Namen und alles rausschmeißt, was nicht dort hineingehört. Ich taufe euch mit dem Heiligen Geist, der Geist Gottes, das Feuer Gottes soll über dich kommen und Gaben freisetzen, Gaben des Geistes, aber auch Frucht wachsen lassen, die Frucht von Liebe, Freude und Frieden soll jetzt ausgegossen werden in jedes einzelne Herz. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, da geht es um Bibel und Heiligen Geist und ich freue mich, ich freue mich schon drauf. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020